Liebe Studierende, tut uns leid, das mit der Tonübertragung hat heute nicht ganz so geklappt, aber wie so oft im Leben funktioniert nicht immer alles beim ersten Mal. Ich hoffe, wir können jetzt mit dieser Aufzeichnung das wieder ein wenig kompensieren und wieder alles so einringen, damit jeder gut in diese Lehrveranstaltung starten kann. Ich darf Sie nochmals recht herzlich begrüßen zur sogenannten Vorlesungsübung aus gesellschaftlichen Aspekten der Informationstechnologie. Diese Vorlesungsübung hat einen doch sehr wesentlichen Grund. Wir wollen hier über Informationstechnologien reflektieren. Das heißt, Sie werden in naher Zukunft in diesem Arbeitsfeld tätig sein und werden Dinge programmieren, sei es Roboter, andere digitale Applikationen oder Sonstiges, Daten vielleicht sammeln und diese interpretieren. Und das wird Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Und das heißt also, große Auswirkungen, wenn Sie bedenken, wie stark die Digitalisierung bereits unsere Gesellschaft heute durchdrungen hat. Und wenn wir in Zukunft über selbstfahrende Autos sprechen, über Roboter, die vielleicht also Dinge immer mehr automatisieren, dann bedarf es Regelungen oder auch Ideen, wie man dann damit in der Gesellschaft umgehen wird. Viele sprechen von einer großen digitalen Revolution, Industrie 4.0, Schule 4.0, das sind alle Schlagworte dieser Zeit. Und es gilt also auch mit einem gewissen Abstand darüber nachzudenken, wie sehr wir diese Dinge auch beeinflussen können, sollen und auch müssen. Das ist das Thema dieser Lehrveranstaltung. Und diese Lehrveranstaltung hat immer sehr viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen, was mich natürlich sehr freut. Und wir haben begonnen, diese vor drei Jahren ins Internet zu bringen. Das Thema passt natürlich. Und warum haben wir gesagt, wir experimentieren damit eigentlich und versuchen jetzt diese Lehrveranstaltung online abzuhalten. Also 90 Prozent dieser Lehrveranstaltung wird ausschließlich online sein. Und damit machen wir ein großes Experiment. Wir versuchen auch diese Technologien tatsächlich so einzusetzen, dass man sagt, naja, wir können uns auch vorstellen, in Zukunft dem so zu arbeiten. Vorab aber, damit Sie auch verstehen, wie das Ganze ablaufen wird, das ist also durchaus ein komplexes Szenario, möchte ich Ihnen alles im Detail erklären, sodass also hoffentlich keine Missverständnisse entstehen und jeder sich gut zurechtfindet. Als erstes die Lehrveranstaltung ist, also im sogenannten neuen Teach Center unter cc.theokrats.at abgebildet. Neu deswegen, weil sie ab seit diesem Montag alle Sommersemesterkurse dort drinnen abgebildet worden sind. Man lockt sich also hier ein über Single Sign-On mit der so den normalen Kenndaten, die man aus Campus Online und Theokrats Online kennt. Ich glaube, ich habe mich jetzt hier vertippt. Und wenn Sie sich anmelden, dann kommen Sie auf das sogenannte Dashboard. Das Dashboard soll Ihnen eine Übersicht bieten. Die schaut bei mir als Lehrerin da so aus. Bei Ihnen sind hier unter Meine Kurse jene Lehrveranstaltung gelistet, die im Sommersemester stattfinden und zu denen Sie in Theokrats Online eingeschrieben sind. Das heißt, wir synchronisieren automatisch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Sollten Sie eine Lehrveranstaltung des Sommersemesters hier nicht finden, dann ist es wahrscheinlich so, dass der Lehrende oder die Lehrende keinen Kurs im Teach Center für Sie anbietet. Das heißt, auch dieser Fall muss gegeben sein. Sie sehen also alles, was im Sommersemester stattfindet, plus auch im Teach Center angelegt worden ist. Bei mir sind das natürlich jene Lehrveranstaltungen, die ich selbst abhalte. Und da oben an der grünen Leiste sehen Sie auch noch, was passiert ist mit den Wintersemesterkursen oder Lehrveranstaltungen. Diese sind noch im alten System. Wir haben also die Phase abgewartet, bis das Semester vorbei ist. Und diese werden jetzt soeben in das neue System transportiert, sodass wir guter Dinge sind, Ende April auch die Lehrveranstaltungen des Wintersemesters in dem neuen System zu haben. Und dann wird das alte natürlich abgeschaltet. Was Sie noch hier vorfinden, sind sogenannte Universitätsweise Kurse. Das sind alle jene Lehrveranstaltungen, zu denen Sie nur einen Theokratsaccount brauchen. Und öffentliche Kurse, die also quasi öffentlich im Internet zur Verfügung stehen. Ich gehe jetzt hier auf gesellschaftliche Aspekte der Informationstechnologie. Dann wechseln Sie in eine Kursoberfläche. Die sollte immer wieder gleich ausschauen. Und das ist also jene für die gesellschaftlichen Aspekte hier. Und zur Navigation sehen Sie, ganz oben steht wieder Dashboard. Hier können Sie wieder drücken. Dann geht das Ganze natürlich wieder in das Dashboard zurück. Und wesentlich ist, dass also jede Kursoberfläche möglichst einheitlich ausschaut. Die unterscheiden sich natürlich durch die Inhalte und durch diese Tools und Applikationen, die also diese Lehrveranstaltung zusätzlich benötigt. Aber ansonsten soll es gleich sein. Wesentlich ist, dass diese Leiste hier oben gleich bleibt. Das ist also eine Shortcard-Leiste, die wir extra so gemacht haben, damit Sie möglichst schnell gewisse Dinge sofort finden können. Ankündigungen. Wenn ich hier draufklicke, ist das ehemalige schwarze Brett. Das heißt, hier kann der Lehrende Nachrichten an Sie schreiben. Wenn Sie hier so draufklicken, dann sehen Sie heute den Eintrag hier, wie ich auch versucht habe, hier diesen Livestream anzukündigen. Ja, also damit vielleicht auch die Frage, wie merken Sie, dass es eine neue Ankündigung gegeben hat, weil hier ein Klick notwendig ist. Also es wird hier durch ein kleines Badge angezeigt werden. Zum Beispiel, wenn Sie also seit dem letzten Login eine neue Ankündigung von mir dazugekommen ist, dann würde das über ein kleines Badge visualisiert werden. Weiters, und das ist vielleicht auch ganz interessant, am Dashboard würden Sie auch hier unterhalb der Lehrveranstaltung sehen, dass zum Beispiel hier neue Forumsbeiträge oder neue Aktivitäten in dieser Lehrveranstaltung drinnen sind. Also so können Sie Übersicht wahren, ob irgendetwas zu passieren hat. Administrativ. Hier finden Sie die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Kurses. Wenn man also hier draufklickt, dann merken Sie, dass wir hier derzeit 390 Personen sind, die jetzt an dieser Lehrveranstaltung teilnehmen. Und unter Beschreibung, auf das gehe ich nachher ein, steht natürlich dann, wie diese Lehrveranstaltung abzulaufen hat. Arbeitsmaterialien. Hier haben wir alle Inhalte der Lehrveranstaltung gelistet. Hier können Sie also auswählen und alles, wenn Sie so wollen, mit einem einzigen Zipppfeil herunterladen, damit Sie möglichst schnell also zu den Inhalten kommen. Aktivitäten ist die Zusammenfassung von allen Applikationen, die in dieser Lehrveranstaltung zur Verfügung stehen und wo eine Aktivität ihrerseits gefordert ist. Bei uns sind das sogenannte Postfächer und in diesen Postfächer dürfen Sie dann Ihre Reports abgeben. Und wenig überraschend, der Bereich Kommunikation ist dann das Diskussionsforum oder, wenn Sie so wollen, eine visuelle andere Art einer Newsgroup. Das hat jetzt nichts mit dem News-Server der TU Graz zu tun, aber das ist das Forum für diese Lehrveranstaltung, wo wir Sie bitten, das eifrig zu nutzen, um untereinander zu diskutieren, beziehungsweise werden wir auch natürlich mitlesen und dort Fragen beantworten. Ich gehe also wieder auf die Hauptseite zurück und diese schaut also bei Ihnen gleich aus. Das Einzige, das bei Ihnen anders ist, ist, dass diese Buttons Navigation und Einstellung nicht da sind. Die habe ich als Lehrender, damit ich natürlich also für diese Lehrveranstaltung, für diesen Kurs Dinge hochladen kann oder einstellen. Der nächste Punkt ist dann jeder Teil, der Administrativ heißt. Also hier haben wir versucht, alles zu listen, was notwendig ist, um eine Lehrveranstaltungsnote zu bekommen, was natürlich sehr wichtig ist. Und ich gehe das jetzt der Reihe nach durch. Die Vorlesung selbst wurde immer so konzipiert, dass es eine sogenannte Vortragsreihe ist. Das liegt also ein bisschen daran, dass diese Fachgebiete, wo die Digitalität Gesellschaft durchflutet, sehr, sehr breit gestreut sind. Und wir haben uns sehr früh, auch zu Beginn dieser Lehrveranstaltung, 2007 entschlossen, hier möglichst viele Expertinnen und Experten zusammenzutragen, sie zu bitten, aus ihren Perspektiven den Einfluss auf die Gesellschaft darzulegen. Und ich glaube, das macht auch den Reiz dieser Veranstaltung aus, dass wir also nicht versuchen, dass einer hier alles versucht zu erklären. Das würde auch gar nicht so funktionieren, sondern dass wir versuchen, Personen zusammenzubringen und durchaus sehr kritisch ihr eigenes Fachgebiet zu durchleuchten. Und wir wollen halt wissen, welche Auswirkungen hat denn die Informatik auf die Gesellschaft? Also was passiert hier eigentlich und wie sollen wir dem Ganzen auch begegnen? Und wie ich also hier betont ist, also wird die Vorlesung und auch der Übungsteil zur Gänze oder fast zur Gänze online abgehalten. Das heißt, Sie werden mich also nicht so oft sehen, sondern also wir haben im Vorfeld Videos produziert, die Ihnen einfach zur Verfügung gestellt werden. Und eben mit einer einzigen Ausnahme und zwar gibt es am 5.05.2017 um 8.15. in der Früh einen einzigen Präsenztermin. Der hat einen Grund und zwar gibt es, Sie dürfen Übungen erledigen und wir wollen Ihnen auch eine direkte Rückmeldung zu den Übungen geben, um vielleicht also noch korrigieren zu wirken, was kann man besser machen oder noch ein bisschen verbessern. Und gleichzeitig werde ich auch einen Vortrag dann direkt im Hörsaal halten und einen Input also dort geben und mit Ihnen quasi auch persönlich da gerne auch in Kontakt treten. Das ist ein Novum, das haben wir in den letzten zwei Jahren so nicht gemacht, aber ich glaube, das ist ein sehr guter Schritt. Die Benotung. Wie kommen Sie zu einer Lehrveranstaltungsnote? Wie schließen Sie diese Lehrveranstaltung positiv ab? Das werden zwei Aspekte sein. Der erste, nachdem es eine Vorlesungsübung ist, gibt es einen Vorlesungsteil und es gibt einen sogenannten Übungsteil. Beide sind positiv abzuschließen. Und der Vorlesungsteil, und das habe ich noch nicht erwähnt, wird als sogenannter MOOC geführt. Ich zeige Ihnen zum Schluss, wie Sie dazu kommen. Ein MOOC ist ein sogenannter Massive Open Online Course. Das ist eine Bewegung, die wir in den letzten drei, vier Jahren auf der ganzen Welt mitgemacht haben. Und auch die TU Graz vereinzelt ein bisschen das auf dem Schirm hat. Und wir haben uns immer gedacht, dass diese Vorlesung oder Vorlesungsübung sich durchaus sehr, sehr gut eignet, sich zu öffnen. Öffnen heißt, dass ich durchaus möchte, dass die Gesellschaft da auch mitdiskutiert und partizipiert an den Inhalten, die wir hier bringen. Und daher haben wir die Idee geboren, vor zwei Jahren das sogenannten Massive Open Online Course anzubieten auf unserer TU Graz MOOC-Plattform. Ich zeige Ihnen das später. Und dort werden dann im Wochentag die Inhalte veröffentlicht. Und das ist der Vorlesungsteil. Und zu jedem dieser Vorlesungsteile gibt es dann immer einen sogenannten Self-Assessment, also jede Woche. Den müssen Sie einfach bestehen. Der ist also nicht wirklich schwierig, sondern der soll eigentlich noch einmal reflektieren, was in den Videos gesehen ist. Und da haben Sie eine kleine Fragenrunde. Und das ist zu machen. Und da bekommen Sie also jede Woche sogenannten Self-Assessment. Das sind fünf bis sechs, sieben Fragen. Und Sie müssen diese positiv beantworten. Und zwar mit einer Erfolgsquote, wie hier steht, von 75 Prozent. Und wenn Sie alle Vorlesungswochen mit 75 Prozent bestanden haben, bekommen Sie dort eine Teilnahmebestätigung, die also quasi sagt, ja, Sie haben also die Self-Assessments durchgeführt. Und das reicht dann für den Vorlesungsteil. Damit ist der abgeschlossen. Das ist, wenn Sie so wollen, eine schwache Anwesenheitskontrolle. Das ist eigentlich die Idee, dass Sie sich diese Filme anschauen und darüber nachdenken. Und das Zweite ist dann eine schriftliche Ausarbeitung und zwar von vier kurzen Reports. Und in diesen vier kurzen Reports gibt es dann eben insgesamt also 200 Punkte. Das heißt, jeder Report ist 50 Punkte wert. Und wenn Sie 101 Punkte erreichen, dann haben Sie auch den Übungsteil positiv abgeschlossen. Und beide zusammengezählt dann ergeben also Punkte. Und Sie sehen dann einen Notenschlüssel. Und der Notenschlüssel ergibt dann also dann die Note. Ich bin also in guter Stimmung oder wie soll ich sagen, also ich bin sehr zuversichtlich, dass also sehr viele Personen das erreichen werden. Also normalerweise ist also, wenn jemand das also durchmacht, so wie vorgesehen, sollte es also kein Problem sein, zu einer positiven Abschlussnote zu kommen. Jetzt gehe ich noch einmal auf den Vorlesungsteil ein. Also der Vorlesungsteil hätte heute mit diesem Livestreaming beginnen sollen. Also das ist jetzt eine Aufzeichnung geworden. Und diese wird also jetzt eben im Teach Center zur Verfügung gestellt. Und ich hoffe, Sie hören mir jetzt also noch zu, um also diese Dinge dann auch zu verstehen. Der Vorlesungsteil wird auf der sogenannten Plattform imux.at durchgeführt. Ich gehe jetzt auf diese Plattform. Sie geben mir sicher imux.at ein. Dann wechselt das also auf diese Liste. Ich logge mich jetzt hier aus, damit Sie es auch in diesem Zustand sehen. Hier werden unterschiedliche Kurse angeboten. Und Sie sehen also dieser Kurs ist hier die gesellschaftlichen Aspekte der Informationstechnologie. Und dazu können Sie sich anmelden. Anmelden natürlich. Dazu müssen Sie sich also entweder vorher registrieren oder Sie können auch den Login für TU Graz Angehörige nutzen. Dann werden Sie also automatisch hier eingeloggt und können also hier dann nachher sich anmelden und können dann diesen Massive Open Online Kurs konsumieren. Der Kurs selbst startet erst nächsten Montag, also 13.3., wie hier steht, 2017, werden die ersten Inhalte freigeschaltet. Und die Freischaltung der Inhalte erfolgt wochenweise über zehn Wochen. Sie bekommen also jeden Montag über zehn Wochen lang Inhalte, die mindestens zwei Videos pro Woche sind, mit also einem kurzen Self-Assessment. Und wenn Sie wollen, das auch weiter vertiefenden Links und PDFs, wo Sie sich weiter einlesen können. Das heißt also jede Woche mindestens zwei Expertinnen und Experten, die zu ihrem Thema hier Stellung nehmen. Ja, und dann also, wie gesagt, gibt es zwei Experteninterviews, Begleitmaterial, das wird Ihnen zur Verfügung gestellt und am Ende jeder Woche ein sogenanntes Self-Assessment. Und Sie führen diesen bitte durch. Wie gesagt, alle Self-Assessments zehnmal mit 75 Prozent sind bitte zu absolvieren. Haben Sie keine Sorge vor diesen Self-Assessments. Sie können diese bis zu viermal wiederholen. Das heißt, Sie haben insgesamt fünf Versuche, sodass ich guter Dinge bin, dass Sie also keine großen Probleme haben, diese auch tatsächlich zu schaffen. Und wie gesagt, ein Hinweis noch. Am 5.5. gibt es also einen Präsenztermin im Hörsaal I11 mit der Idee, also auch hier einmal sich gegenüber zu stehen. Der Übungsteil, wie gesagt, soll dazu dienen, dass Sie sich jetzt Gedanken über diese Dinge machen, die Sie da hier hören. Und also auch vielleicht kritisch reflektieren, sich sagen, ja, mich interessiert ein besonderer Artikel im Internet. Das hat mich immer schon besonders aufgeregt und Sie möchten dazu ein kleines Essay schreiben. Wir nennen es Report mit eben mindestens 1.300 Wörtern, die pro Report notwendig sind. Und diese vier Reports geben Sie dann ab und die werden nach Kriterien eben beurteilt. Nach langer Erfahrung haben wir also auch eine sehr genaue Auflistung, wie Sie sehen, also wie genau das läuft. Sie müssen also bitte Verständnis haben. Aufgrund der sehr, sehr hohen Teilnehmer- und Teilnehmerinnenzahl, also das ist immerhin bei 390, müssen wir das sehr, sehr streng regeln und können also hier keine großen Ausnahmen machen, weil das also einfach sonst logistisch fast nicht mehr abwickelbar ist. Also bitte um Nachsehen. Ich hoffe, Sie lesen sich das sehr genau durch. Also wir haben also sehr jahrelange Erfahrung damit und haben immer wieder versucht, das sehr, sehr genau festzulegen, sodass keine Missverständnisse bestehen und das wirklich ganz klar definiert ist, wie das abzulaufen hat. Es wird also hier noch einmal gesagt, die maximalen Punkte. Sie können also 50 Punkte pro Report erreichen. Es wird auch gezeigt, wie die Punkteverteilung ist. Das heißt also, Sie sehen also Sprache, Stil, Rechtschreibung macht zwölf Punkte aus, der Inhalt und die Schwerpunkte natürlich dann 24 Punkte. Sie haben also mindestens zwei Wochen Zeit, also pro Artikel. Es gibt also eine genaue Terminisierung. Es gibt eine Namenskonvention. Das heißt, damit wir ganz genau wissen, von wem jetzt welcher Artikel kommt, bitten wir Sie, das PDF dann so bitte zu benennen. Bitte geben Sie also keine Matrikelnummern dort ab. Das brauchen wir nicht. Also wir wissen den Namen. Sie haben die Wortanzahl. Wie gesagt, also wenn Sie jetzt weniger Wörter schreiben, dann müssen wir alle Quoten natürlich, also die Punkte dementsprechend abziehen. Die Sprache ist Deutsch oder Englisch. Das können Sie sich in diesem Fall aussuchen. Wichtig ist, dass wir große Probleme hätten, wenn wir also die Deadlines sind absolut einzuhalten. Und Personen, die, wie gesagt, nicht zeitgerecht im Postfach das abgeben können, müssen wir leider mit null Punkten versehen, weil sonst, wie gesagt, das logistisch nicht mehr händelbar wird. Und wir behalten uns vor, dass wir bei Verdacht, sage ich immer, auch auf Plagiat prüfen. Das heißt also, wenn Sie bei uns ins Postfach abgeben, dann stimmen Sie einer etwaigen Plagiatsprüfung zu. Also ich bitte Sie also halt nach guten wissenschaftlichen Zitierregeln zu arbeiten, wörtliche Zitate tatsächlich als solche zu kennzeichnen und die Quelle dazu zu schreiben. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, dass Sie gewisse Dinge zitieren, aber dann ist bitte wirklich die Zitierregel eben einzuhalten. Hier sehen Sie noch einmal die Termine. Das heißt also, wann wir gern diese vier Reports abgegeben haben. Und Sie müssen genau das dann im korrespondierenden Postfach eins, zwei, drei und vier dementsprechend bitte abgeben. Und wie gesagt, das Postfach, das macht zu. Das heißt also, wir haben also keine Möglichkeit mehr danach irgendetwas zu akzeptieren. Ich lege Ihnen sehr ans Herzen, das einmal in Ruhe durchzulesen. Sollten Sie Fragen zu haben, etwas unmissverständlich, also formuliert sein, freuen wir uns auf Nachrichten im Forum. Diskutieren Sie das bitte mit uns. Wir sind nie gefeit vor irgendwelchen Dingen, fehlerhaften Darstellungen oder sonstiges. Das heißt also, auch in unserem Sinne, dass wir das bitte gut abklären können. Ja, und dann möchte ich Ihnen noch einmal auf die Hauptseite zurückgehen. Sie sehen also, hier haben Sie eigentlich drei große Aktivitäten, die Sie also zu- und aufklappen können. Ich habe hier noch einmal den Link zu iMux. Also Sie müssen jetzt das so sehen. Der iMux-Teil ist der öffentliche Teil. Das heißt, die Vorlesungsteil ist die ganze Welt eingeladen, tatsächlich hier mitzumachen. Wir haben also in dem Teil ohne Sie jetzt eigentlich schon über 100 Personen angemeldet. Das heißt, die werden den Kurs einfach als Art Weiterbildung, weil das Interesse besteht, hier mitmachen und sich in dem dortigen Forum durchaus auch vielleicht inhaltlich einmischen. Also machen Sie mit, nutzen Sie diese Chance, dass hier also Personen drin sind, denen das Thema tatsächlich wichtig ist und die vielleicht uns andere Blickwinkeln auf das Thema bringen. Und wie gesagt, der Kurs, also dieser iMux-Kurs wird nächsten Montag freigeschalten und ist dann, wie gesagt, wöchentlich, kommen die neuen Inhalte dazu. Die Übungsaktivitäten, also das ist die iMux-Plattform, was ich sagen wollte, und das Teach-Center ist das, wie wir dann die Lehrveranstaltung an sich abwickeln. Das heißt, wir agieren hier mit zwei verschiedenen Plattformen. Die Übungsaktivitäten hier sind einfach die vier Postfächer angegeben. Die Postfächer, die Sie bitte zu den angegebenen Terminen Ihrer Reports abgeben, damit wir uns das anschauen können. Und das Archiv ist etwas, was zum Schmökern da ist. Das heißt, wir führen also, wie Sie sehen, also die Vorlesung immerhin jetzt schon seit 2008. Und Sie können sich gerne anschauen, was wir 2008 diskutiert haben, welche Themen dort aktuell waren. Ich kann mich so an Second Life erinnern und Blogs sind aufgekommen und Wikis. Themen, die heute also niemanden mehr hinter dem Ofen hervorlocken und wir damals also wirklich als sehr große Präsenz Themen erlebt haben. Und da kann man sich also sehr historisch also auch vertiefen. Ja, ich wechsle noch einmal zu iMux. Wie gesagt, das ist hier. Sie sehen, also ich kann mich hier so einfach einloggen und ich mache Ihnen das nochmal vor. Sagt der Login für Theokratsangehörige. Dann, wie gesagt, werden Sie, wenn Sie mit Single Sign-On angelegt haben, im Hintergrund durchgeschalten. Sie können dann also auf den Kurs gehen. So, jetzt bin ich zu weit gegangen. Zum Beispiel hier. Und dann können Sie hier eben Anmelden drücken. Sie sagen, warum Sie hier sind. Und dann steht das, Sie sind also zum Kurs angemeldet. Und ab 13.03. wird hier also eine Möglichkeit dastehen, also dass Sie tatsächlich in den Kurs hineinkommen. Und dort drinnen werden also dann die Inhalte zur Verfügung gestellt. Sie sind herzlich eingeladen, auch andere iMux-Kurse zu besuchen. Sie können sich das gerne anschauen. Sie können sich auch einen eigenen Account erstellen. Sie müssen also nicht den von der Theokrats verwenden. Das ist egal. Das Wichtigste ist dann, was die Teilnahme bestätigen, ihren realen Namen zum Schluss enthält. Und wenn Sie wissen, also wie das geht, weil Sie können bis dorthin anonym sein, dann gibt es eine FAQ dazu. Zum Beispiel, also, jetzt muss ich nur schauen. Wie kann ich den Vor- und Nachnamen ändern, damit dieser auf der Teilnahmebestätigung vermerkt wird. Das bräuchten wir halt bitte, damit wir dann nachher sehen können, dass Sie das ordentlich absolviert haben. Ja, ich glaube, ich habe also jetzt das Wesentliche durchbesprochen. Das ist also der wesentliche Inhalt dieser Vorlesungsübung, die wir also wieder durchführen. Und ich hoffe, dass es in unseren allen Sinnen möglichst gut läuft. Ich bitte Sie auch immer wieder aufgrund der großen, hohen Teilnehmer- und Teilnehmerinnenzahl, bitte nicht mir persönliche E-Mails zu schreiben, sondern alle die Abwicklung im Forum zu machen. Das heißt also, dort bitte schreiben, wir versuchen dort mitzulesen und alles so gut wie möglich zu beantworten, damit also möglichst wenige Missverständnisse, Hürden oder sonstige sind und eine möglichst gute Lehrveranstaltung hier abgewickelt werden kann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche uns alles Gute und ich freue mich auf ein spannendes Semester. Viel Spaß. Danke sehr.